Programmierung des Roboters Lego Der Roboter Lego besteht aus dem Mikroprozessor NXT mit Mikrocontroller. Der NXT hat drei Ausgangsports für Elektromotoren und vier Eingangsports für Sensoren. Über einen USB-Port und drahtlose Bluetooth-Verbindung kann man Daten vom Computer auf den NXT-Hairlinken laden. Die Fortbewegung des Roboters hat drei Räder. Zwei Räder werden durch Antriebe gesteuert, das dritte Rad rollt sich frei. Der Roboter ist einem Greifer ausgestattet, der durch Servamotor angetrieben wird. Das Sensoreninterface besteht aus vier Sensoren. Das ist der Ultraschallsensor, der Geräuschsensor, der Berührungssensor und der Lichtsensor. Für die Programmentwicklung gibt es Firmensoftware Mindstorms NXT. Die Programmierpalette enthält die grafische Programmierblöcke, die durch die Drag-and-Drop-Methode in ein Programm zusammengesetzt werden. Viele Möglichkeiten für die Programmierung des Roboters wird von Java-Technologie angeboten. Bei den Tests des Roboters wurde die Programmierung unter dem Mindstorms-Software-2 durchgeführt. Für den Roboter wurde eine Aufgabe formuliert. Er sollte einen Gegenstand greifen und der Linie folgend an einen bestimmten Ort bringen. Also, jetzt geht's los. Man schaltet den Mikroprozessor. Weiter startet man das Programm. Der Roboter befindet sich und gerade auf der Linie. Er fängt die Kreisbewegung an wie eine Ameise, die einen Pfad verworren hat. Der Roboter erfasst die Linie und fährt zum Objekt. Vor dem Gegenstand stoppt er, macht den Greifer auf und fährt, bis der Kontaktsensor gedrückt wird. Weiter greift der Roboter den Gegenstand und fährt zum Punkt der Zustellung. Es ist interessant, wie das Linienkreuz durchgefahren wird. Diese Stelle wird hinterlassen und der Roboter kommt zum Ziel an. Der zweite Test. Die Aufgabe wird kompliziert. Die Linie macht die Wandung 90 Grad. Der Roboter fängt an zu Kreisen. Er erfasst die Linie mit dem Lichtsensor und fährt zum Objekt. Das Objekt wird mit dem Ultraschallsensor und Kontaktsensor erfasst. Mit dem Gegenstand fährt der Roboter zurück. Mit dem Gegenstand fährt der Roboter zurück. Das Linksabbiegen ist richtig. Das Ziel wird erreicht. Gute Arbeit. Auch sto static. Amatmen Seller Lieblichzel Parteier Dich